Und zum Abschluss, liebe Zuschauer, traditionell die Siegertänze, bevor ich Ihnen sage, dass es am 21. Oktober in der Rudi-Sedlmeier-Halle in München mit der ARD-Master-Serie weitergeht mit der zweiten Veranstaltung, die dann am 22. Oktober in der ARD übertragen wird. Aber jetzt genießen wir noch einmal den Ukrainer Slavik Brücklevi und seine belgische Partnerin Joan Leunis, die Newcomer der Tanzsaison 99-2000, die Europameister und ich bin mir sicher bald auch Weltmeister und vielleicht in Kürze auch Black Pussy. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind von hierher zu Eternatisch Wir sind von hierher zu Eternatisch Ein neues Gefühl für die beiden aus Belgien, Slavik Brücklevi und Joan Leunis, die Sieger. Wir sind von hierher zu Eternatisch Wir sind von hierher zu Eternatisch Wir sind von hierher zu Eternatisch Wir sind von hierher zu Eternatisch